Musik Wir haben hier in unserer Hauskapelle schon eine sehr besondere Darstellung der Mutter Gottes mit dem Jesuskind. Wir sind ja eher gewohnt, dass sie es auf dem Arm trägt. Aber sie, in diesem Bild, hält Jesus uns quasi hin, ein bisschen wie eine Monstranz. Um ihn geht es. Er ist der, der die Welt verwandeln wird, indem er sich selbst zum Brot gibt. So verstehen wir das. Ich bin dankbar, dass Maria nicht auf sich selber verweist, sondern auf ihren Sohn, auf Jesus und sagt, er ist es, um den es geht. Musik